Jetzt stellen wir die Punkte Sang-Bai, Song-Bai und Cha-Bai vor. Die Namen dieser Punkte, oberes, mittleres und unteres Weiß, beschreiben ihr Ch' und entsprechen jeweils dem oberen, mittleren und unteren Erwärmer. Der erste Punkt ist Sang-Bai. Er liegt zwischen dem zweiten und dritten Mittelhandknochen, unmittelbar neben dem Fingerknöchel. Geben Sie etwas Druck, um die Muskeln zu lockern und den Punkt zu öffnen. Dann stechen Sie den Punkt. Der nächste Punkt ist Song-Bai. Ein anderer Name für diesen Punkt ist Geistertor. Dieser Punkt beschützt den mittleren Erwärmer, welcher den oberen und unteren Erwärmer unterstützt. Dieser Punkt befindet sich zwischen dem vierten und fünften Mittelhandknochen, etwas näher zum vierten Mittelhandknochen. Geben Sie etwas Druck, um die Muskeln zu lösen und den Freiraum zwischen den beiden Mittelhandknochen zu lokalisieren. Lassen Sie los und führen Sie die Nadel ein. Der dritte Punkt ist Ch'-Bai. Die Lokalisierung dieses Punktes ist sehr ähnlich wie die von Linko, nämlich gleich distal der Verbindungsstelle des vierten und fünften Mittelhandknochen. Palpieren Sie den Punkt und üben Sie etwas Druck aus, um den Punkt zu öffnen. Nadeln Sie dann in die Vertiefung oder den Freiraum zwischen den Knochen. Und dann in die Vertiefung oder den Knochen.